Herzlich Willkommen zu die Filmanalyse, heute mit der Top 10 der besten Filme des Jahres 2014. Auf Platz 10 Nightcrawler von Dan Gilroy. Kapitalismuskritik gehört ja heute zum guten Ton und ist vor allem auch dazu da, das System in gewisser Weise zu stützen. Viel weiter geht da Dan Gilroy und ich möchte behaupten, so weit ist man in Hollywood noch nie gegangen. In Nightcrawler spielt Jake Gyllenhaal nicht einfach eine Figur, er spielt die Verkörperung des kapitalistischen Systems. Das, was der Neoliberalismus so gerne hat, wenn die Sentenz fällt, der Erfolg gibt ihm Recht, das wird hier gezeigt, was hinter diesem Satz wirklich steht und zwar in äußerster Ausprägung. Und wir Zuschauer bzw. Konsumenten, wir sind, und das zeigt uns der Film, in jedem Moment immer Teil des Spiels, Teil des Systems. Auf Platz 9 No Turning Back von Stephen Knight Wahre Virtuosität zeigt sich in der Beschränkung. Wir sehen den faszinierenden Tom Hardy, wie er in sein Auto steigt und zu einer Frau fährt, die im Krankenhaus ist, seine ehemalige und einmalige Affäre, die nun das gemeinsame Kind zur Welt bringt. Er hat eine Entscheidung getroffen. Wir Zuschauer begleiten ihn bei dieser Fahrt und über die Freisprecheinrichtung telefoniert er mit seiner Firma. Er hat da wichtige Dinge zu klären und mit seiner Frau und gesteht ihr alles. Stephen Knight präsentiert uns hier den Film in seiner Minimaldefinition als eine Folge von bewegten und bewegenden Bildern. So gelingt mit ganz wenig ganz Großes. Auf Platz 8 Sag nicht, wer du bist von Xavier Donant Dieser Regisseur ist ein Spieler. Er spielt mit den Genres, mit unserem Begehren, mit den Figuren. Figuren, die stark typologisiert sind, die Masken tragen, wenn diese Maskenhaftigkeit auch durch Psychologie, durch psychologische Versatzstücke zustande kommt. In Sag nicht, wer du bist zeigt uns Donant den wahnsinnigen Thrill, der in solch einer Figurenanlage liegen kann. Und er erzählt uns natürlich einiges über unser Lieben und Begehren und darüber, dass man sich selbst kaum und den anderen wohl gar nicht kennen kann. Mit dieser radikalen Verunsicherung und der radikalen Bildsprache zeigt er uns aber auch, was die Kraft des Kinos ausmacht. Auf Platz 7 Vergiss mein Ich von Jan Schomburg Die Gender-Theorien sind hochkomplex. Und führt man sie mal rasch in die Wirklichkeit, dann verkürzt man sie und sie werden lächerlich. So zum Beispiel zwölfjährige Schüler sollen ein vielfältiges Bordell entwerfen und dabei die energieeffizienten Darkrooms nicht vergessen. Dass aber die Gender-Theorie vor allem ein intellektuelles und ein tragikomisches Spiel mit der Identität sein kann, das beweist dieser wunderbare Film von Jan Schomburg. Maria Schrader spielt eine Frau, die sich selbst vergessen hat und nun ihr Ich neu konstruieren muss. Gerade weil dieser Film auf das spektakulär Karnevaleske verzichtet und stattdessen mit subtilen Verschiebungen und Irritationen arbeitet, ist dieser Film so gut und auffühlend. Auf Platz 6 The Wolf of Wall Street von Martin Scorsese Dieser Film reiht sich nicht einfach in Scorseses lange und großartige Filmografie ein. Nein, dieser Film weiß dem noch etwas Entscheidendes hinzuzufügen. Gab es bei aller Kälte und bei allem Zynismus in Scorseses Filmen doch immer noch so einen konservativen, nostalgischen Moment? So treibt er nun dieses Mal den Zynismus bis an seine Grenzen. Und das macht den Film so besonders. Scorsese verbindet den Rausch des Erfolgs mit dem Drogenrausch auf geniale Weise und schafft damit eine ekstatische Systemkritik, wie es sie noch nie vorher so gegeben hat. Unglaublich beeindruckend spielt Leonardo DiCaprio den Selbstoptimierer Jordan Belfort. Und der denkt derart kapitalistisch und handelt derart kapitalistisch, dass er zu Gefahr für den Kapitalismus wird. Auf Platz 5 All is lost von J.C. Chander Für den Menschen ist im Kino immer weniger Platz. Die posthumanistische Ideologie bringt auch den Menschen auf der Leinwand zum Verschwinden. Sekundiert wird das vom Finanzmarkt und der Technikhörigkeit. Robert Redford stellt sich mit seiner ganzen immensen schauspielerischen Kraft dagegen und mag die Lage auch noch so aussichtslos sein. Es ist die Rolle seines Lebens. Und das will bei so einem Schauspieler wie Redford wirklich etwas heißen. J.C. Chander sucht mit All is lost einen Ausweg aus dem System, das er in Margin Call so granios beschrieben hat. Gerettet werden muss nämlich nicht hier nur ein Einzelner. Gerettet werden muss, so pathetisch das klingt, die Menschheit. Auf Platz 4 Die Frau des Polizisten von Philipp Gröning Häusliche Gewalt, das klingt nach einem Problem-Fernsehfilm, doch Die Frau des Polizisten ist alles andere. Das ist der mit Abstand wagemutigste deutsche Film, den es seit Jahren gegeben hat. Denn Gröning erzählt in 59 Kapiteln analytisch ganz scharf und ganz klar von den durchlässigen Grenzen zwischen Liebe und Hass, Begehren und Gewalt, einer Umarmung und einem Würgegriff. Es ist eine filmische Studie von ungeheurer poetischer Kraft. Wir haben es hier mit einem erschütternden Meisterwerk zu tun, nachdem wir unseren Alltag plötzlich ganz anders sehen und uns mehr als einmal vor uns selbst erschrecken werden. Auf Platz 3 Adieu au langage von Jean-Luc Godard Die ersten drei Plätze ergeben eine Triade, denn alle drei Filme eint, dass es in ihnen um antagonistische Positionen geht, politische wie ästhetische. Seit Jahrzehnten sagt man ja gern formelhaft über Godards späte Filme, die sind irgendwie verrückt, die versteht man gar nicht, das ist chaotisch und wirr. Ja, das kann man ja alles behaupten, aber es stimmt leider überhaupt nicht, denn die sind von einer unglaublichen Präzision und analytischen Schärfe. Das ist von einer bestechenden Klarheit, wenn man sich nur einmal über das Formexperiment, das Godard seit vielen Jahren verfolgt, bewusst wird. Das Politische meint ja die Unterscheidung zwischen Freund und Feind. Fast alle Godard-Filme sind von diesem antagonistischen Prinzip geprägt. Auf geniale Weise wird in Adieu au langage erkundet, wie das Politische in der Form selbst liegen kann. Es ist der bislang interessanteste 3D-Film überhaupt. Godard verwendet den stereoskopischen Blick, doch er arbeitet damit vollkommen neu. Wir sehen eine Frau zum Beispiel auf einer Bank sitzen, einen Mann und plötzlich geht der Mann weg. Eine Kamera bleibt bei der Frau und die andere verfolgt den Mann. So können wir das eine und das andere zusammen auf der Leinwand sehen. Ist also eine Synthese möglich? Ja, aber zu dem Preis natürlich, dass man alles verschwommen sieht, dass man doch nicht alles klar sehen kann. Erst wenn man das linke oder rechte Auge schließt, dann sieht man wieder eindeutig. Das heißt, man muss sich irgendwie positionieren, will uns Godard sagen. Frau und Mann, Natur und Kultur, Mensch und Tier, links und rechts, mit diesen Oppositionen arbeitet er. Und es bleibt immer irgendwo eine Kluft und dem hat sich auch die Kunst zu stellen. Und wie weit kann die Kunst überhaupt etwas erkennen, wo sie doch selbst den narzisstischen Blick inne hat? Auch das zeigt er bei einer wunderbaren Kamerafahrt auf einem Fluss. Godard stellt sich den großen Fragen des Kinos noch immer, noch immer grandios. Auf Platz 2 Der Klassenfeind von Rock Bicek Dieser Film lief nur in den Schweizer Kinos, aber man kann ihn im Online-Kino sehen unter trigon-film.org. An eine liberale Schule kommt ein humanistisch gebildeter Lehrer, der eine Provokation für die Schüler und das Kollegium darstellt. Alle geben sich anti-autoritär, freundlich und haben sich von der klassischen Bildung verabschiedet. Der Lehrer aber beharrt auf seiner Autorität und auf dem Bildungskanon. Der Lehrer steht für die sichtbare Hand, das Kollegium für das, was in der Marktwirtschaft gerne als unsichtbare Hand beschrieben wird. Sie verkörpern den buntgescheckten Neoliberalismus mit seinen Psychologismen, Evaluationen und seiner repressiven Inklusion. Die sichtbare Autorität des Lehrers hat aber einen großen Vorteil. Man kann sich zu ihr positionieren und nur so kann überhaupt das Politische entstehen. Ich würde jetzt gerne noch weiterreden über diesen Film, am liebsten eine ganze Stunde davon schwärmen. Dafür ist hier nicht die Zeit, aber Slavoj Žižek hat eine Lobeshymne auf diesen Film angestimmt, die ich ganz dringend empfehle. Rock Bicek ist ein zutiefst beeindruckender und kluger Film gelungen. Eine herausragende Liberalismuskritik, die revolutionäres Potenzial hat. Für mich ist das wirklich die Überraschung des Jahres oder wie Žižek sagt, ein Wunder. Auf Platz 1 Nymphomaniac von Lars von Trier Lars von Trier gehört zu den größten Regisseuren der Gegenwart und Nymphomaniac ist sein bislang stärkster Film. Und ich empfehle ganz dringend, sich diesen Film im fünfeinhalbstündigen Director's Cut anzusehen. Lars von Trier geht es um die Konfrontation entgegengesetzter Positionen, wie den anderen beiden Regisseuren auch schon. Gerade wenn alle in Harmonie und Optimismus schwelgen, dann haut er mit der Kraft der Kunst dazwischen und macht die Gegensätze stark. Nymphomaniac ist eminent politisch und poetisch. In der Kunst darf es keine Frageverbote geben. Kunst ist unbequem, radikal und inkommensurabel. Sie ist sinnlich und intellektuell, zart und brutal. Nymphomaniac ist all das, vielschichtig und virtuos. Es gibt hier keine Provokation um der Provokation willen. Hier wird nur dann provoziert, wenn ein blinder Fleck in der Gesellschaft aufgedeckt werden muss. Wer das nicht aushält, wer sich dem nicht zu stellen wagt, der bleibt letztlich unempfänglich für die Kunst. Der schaut nur, aber sieht nicht. Wer das nicht aushält,